Guten Abend, Sylvia. Guten Abend, hoffert Ihr Herz. Willkommen in unserem Fünf-Sterne-Établissement. Ihr Lieblingstisch ist schon reserviert. Kommen Sie doch und nehmen Sie Platz. Ich brauche den Namen. Sexy Ton heißt die an Deine Stimme. Das muss ich Dir da geben. Aber machen wir uns nichts vor. In 13 Minuten magst Du Ihr Ruhr-Ei aus meinem Gehirn. Weiß nicht so genau, dass der richtige Motivationsfaktor ist. Wie wär's mit Deinem Sohn? Dein hübschen kleinen Sohn. Dann möchtest Du gerne, dass er noch seinen sechsten Geburtstag will. Steffen. Er ist ein gutes Kind. Okay? Auf zu Herz. Aber so erst lassen wir uns anstoßen. Anstoßen. Ein Brust auf das Leben. Der Name ist fügig. Der Name ist Fünf-Sterne-Sterne-Sterne-Sterne-Sterne-Sterne-Sterne-Sterne. Oh shut up! Get out! ... die